Hallo, hallo, hallo! Meine Damen und Herren, der prominente Gast des heutigen Abends ist Thomas Gottschalk. Hallo, Tommy! Na? Wenn Sie sich jetzt etwas wundern sollten, meine Damen und Herren, die Lösung ist verblüffend einfach. Das ist Thomas Gottschalk vor 33 Jahren. Mensch, Tommy, wenn du wüsstest, was das für ein Schlüsselerlebnis für dich sein wird, was? So, jetzt aber ab ins Bett und keine Gummibärchen mehr, sonst fallen wir in 33 Jahren sämtliche Zähne aus, ja? Komm, ja, das war's wieder für heute. Nicht in vier Wochen, wenn es wieder heißt, der prominente Gast.